Bayer Star gibt zu, ein Warnschuss. Bayer Leverkusen trug sich in das Goldene Buch von Nordrhein-Westfalen ein. Nun richtet sich der Ansicht auf den Supercup. Nur noch wenige Tage ausruhen Fußballpolier Bayer Leverkusen so lange bis zu dem ersten Pflichtspiel der Saison. Zum Wochenstart mussten eben diese Profis aber trotzdem nicht in der Hitze auf dem Trainingsplatz schwitzen. Es wartete der Widmung in dasjenige Goldene Buch des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Ein schöner freier Tag, bilanzierte Jonas Hufmann, der den Audienz von Ministerpräsident Hendrik Wüst als Ehre und schöne Erinnerung bezeichnete. Mit der Meisterschale und dem DFB-Becherglas in dem Gepäck schlug der Double-Sieger in der Staatskanzlei in Düsseldorf auf. Doch nur an dem Samstag, 21 Uhr, in dem Supercup-Finalspiel gegen den VfB Stuttgart kann Leverkusen eben diese nächste Siegeszeichen einfahren. Direkt mit einem Anrede in eben diese Saison zu starten, es gibt nichts Schöneres, freute sich der 32-Jährige auf den letzte Runde mit dem VfB. In der Zubereitung hatte dasjenige Team von Xabi Alonso nicht eben diese erhofften Testspielergebnisse eingefahren. So verlor der Polier als letzten Punkt bezeichnend mit 1 zu 4 bei dem FC Arsenal. Ein weniger Warnschuss, gab Hofmann zu. Linie in der Champions League könnten dabei auf Bayer auch solche Felsblock warten, und hier muss man hellwach sein. Angst davor, dass eben diese Konkurrenz Bayer entschlüsselt haben könnte, hat Hofmann nicht. Leverkusen habe immer einen Konzept B, soweit sei es schwierig, uns auszurechnen. Und dasjenige will Bayer jetzt nicht denn doch in dem Supercup zeigen. Nur sechs Tage bei späterer Gelegenheit wartet in der Bundesliga dasjenige Eröffnungsspiel gegen Hofmanns Ex-Verbundigung Borussia Mönchengladbach.